3, 2, 1, 0 Feuerwehr fährt mehr als 100 Einsätze Nach Unwetter, Frankfurter Hauptbahnhof zwischenzeitlich gesperrt 15. August 2017 ein heftiges Unwetter hat am Nachmittag Frankfurtheim gesucht. Der AMV hat den S-Bahn und Regionalverkehr vorübergehend eingestellt. Der Hauptbahnhof war eine halbe Stunde lang vorsorglich gesperrt worden, die Sperrung ist mittlerweile aber wieder aufgehoben. Ein schweres Unwetter hat am Danstagnachmittag für Chaos im Frankfurter Berufsverkehr gesorgt. Zwischen 14.50 Uhr und 15.20 Uhr war der Hauptbahnhof vorübergehend gesperrt und der Zugverkehr im Großraum Frankfurt komplett eingestellt worden. Diese Maßnahme habe man aus Vorsorge getroffen, um Schäden durch Hagelschlag, unterspülte Bahngleise und Oberleitungen, die von umstutzenden Bäumen heruntergerissen werden, zu vermeiden. Dies sagte ein Bahnsprecher gegenüber FNP.de. Konkret hätten die Züge jeweils noch die nächste Station angefahren und dort gewartet. Die Passagiere hätten die Züge verlassen können. Letztlich, so der Sprecher weiter, habe es aber keine nennenswerten Schäden gegeben. Der Verkehr solle sich nun langsam wieder normalisieren. Auch auf den Airport Frankfurt hatte das Unwetter Auswirkungen, der Flughafenbetreiber Frapport teilt mit, dass wegen des Unwetters 41 Flüge annulliert wurden. Zwischen 14.33 Uhr und 15.15 Uhr wurde der Flugbetrieb aus Sicherheitsgründen komplett eingestellt. Der Deutsche Wetterdienst hatte eine Unwetterwarnung für Frankfurt herausgegeben, die inzwischen aber wieder zurückgenommen wurde. Die Experten warnen die Bürger vor Blitzeinschlägen, entwurzelten Bäumen, überfluteten Kellern und Erdrutsche und fordern sie auf, unbedingt die Türen und Fenster zu schließen.